Imagine, ich sterbe jetzt mit dem Gear an einem Bot. Was? 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 Das ist fucking Bullshit. Das ist fucking Bullshit. Ich spiele dieses Game nie wieder. Was? Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist der größte Müll, den ich jemals runtergeladen habe. Ich werde dieses Game nie wieder spielen. Tarkov ist der letzte Müll.